Fluch sei auf die, die lügen. Liebe Geschwister, wartet drauf. Wir werden bald all diese Lügner hier entblößen, entlarven von den größten bis zum kleinsten Lügner. Jeder einzelne, jeden einzelnen von denen, werden behandelt. Wir werden ihre Lügen aufdecken. Die Erde war von Anfang bis Ende voller Lügner, fing das mit dem Satan an und endete also in unseren heutigen Tagen mit den kleinsten Lügnern hier. Das ist immer so ein Nachwuchs für den Großen. Die verbreiten Lügen überall, in jeder Sprache. Wir werden keine Grenzen erkennen, ohne dass wir sie alle einzeln behandeln. Jeder einzelne von denen wird gut behandelt. Jeder einzelne von denen, egal aus welchem Staat er kommt, welche Sprache er spricht. Jede Lüge von denen wird aufgedeckt. Im Namen Allahs, des barmherzigen, gnädigen Gottes. Wir bitten euch um euren Dua, dass wir das auch so schön hinkriegen können, sodass ihr auch euch damit amüsieren könnt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh 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 Wabarakatuh